Man kann ja nie wissen, ne? Ne, komm schon. So. Dann wollen wir mal gucken. Oh oh, zack. So macht man das. Okay, wir haben schon einen verloren. Ähm. Regener, so? Ne. F7. Wie nehme ich die denn? Muss ich mal grad gucken. Ich will nämlich wissen, wie man, ähm. Ein Medipack, sag ich es mal. Nimmt erste Hilf. Ne. Allgemeine Steuerung, hier. Medi-Cat. Ha. Hab ich da nicht drauf gedrückt eben? Also. Jetzt. Geht es. Das. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hat doch nie mehr wirklich viel Munition, der Typ hier. Aber jetzt gehen wir hier mit dem Granatwerfer, weißt du's glaub ich, ne? Lad nach, du Idiot Mann, oh Oh, ich bin tot, scheiße, Mann Wollen wir mal sehen, ob wir hier mitfahren können Scheiße, ich hab mich verlaufen, wo müssen wir denn hin Da hoch Ich hab mich verlaufen, ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss, scheiße Hier bin ich irgendwie falsch Ich geh einfach mal hier lang Scheiße, wo muss ich denn hin, ey Da muss ich hoch Fuck, ich geh wieder zurück am besten Das ist ja voll die Action hier Ja Leute, ist ein bisschen langweilig jetzt Ich geh zurück zu der Höhle, dann sehen wir uns wieder Bis dann, tschüss So Leute, da bin ich Nachdem ich mit einem Baum gekämpft hab, der mich nicht durchgelassen hat Sind wir hier in der Höhle wieder drin Und sammeln noch ein bisschen Breed-Munition ein So heißen nämlich die Aliens Jetzt hab ich euch das schon gesagt, ich weiß es gar nicht Delelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Man sieht ja echt nix hier. Gehen wir mal hier hoch. Das besondere bei diesem Spiel ist, man sieht seine Füße bei diesem Ego-Shooter. Das ist nämlich nicht immer so, eher seltener ist das so. Ich will glaube ich nämlich die Breed-Sniper-Gun, die hier glaube ich liegt irgendwo. Und jetzt muss ich gleich niesen. Oh, was haben wir denn da? Ja. 75 Shells. Oh. Ja, dann geht es jetzt weiter runter, würde man sagen. Und da fängt das Lied neu an. Jawoll. Und wir haben viel Leben, was leider auf die 100 wieder runterläuft. Und aus irgendeinem Grund ist der Ton jetzt weg. Ah, es geht jetzt ein neues Lied los, okay. Mal sehen. Oh. Hey. Ist das nicht cool? Ich glaube hier können wir schon hochgehen. Mal gucken. Der Boden. Der Boden. Guckt ihn euch an. Wie schön ist der? Ah, herrlich. Und ich kratze mir am Bein, weil es so schön juckt. Glück gehabt. Lol. Einfach ausgetrickst. Nachladen. Tchuuu. Mal sehen. Dann wollen wir mal hier hochgehen. Hier drüben in der Ecke. Soldat. Vorsicht, hier wimmelt es von Skattern. Okay, die kleinen Dinger hier heißen wohl Scatter, okay. Ach, lad doch einfach nach, du Olle. Wo bist du? Da bist du. Okay. Okay, die Daten befinden sich im obersten Turm. Turm. Gerolltes Error. Die Ergebung um die Radarbasis ist jetzt gesichert. Eine frische Truppe ist mit dem Landungsschiff unterwegs, um ihre Einheit zu entlasten. Ja, das war die Mission Contact. Die nächste heißt, tut hau aus, wenn mich nicht alles teuscht. Bis dann, tschöö.